willkommen zu einer neuen session ich frage mich gerade warum wir jetzt hier sind tatsächlich weil das spiel ist abgestimmt und eigentlich würden wir ja reisen jetzt weiß ich nicht speichert automatisch bevor man reist oder was das wäre natürlich gut jetzt ich war noch ein bisschen an die piste muss ich sagen diesmal zu wenigstens nicht klappt ok und ich weiß nicht warum das immer abschmiert so da hoch müssen wir auf jeden fall auch noch machen wir gleich würde ich sagen wie ja herunter guckst du hier kommt man ja gar nicht hoch wie kommt man da hin wahrscheinlich über den fahrt hier lange hier wo sie eigentlich schon wieder oder hier geht's hoch keine ahnung wo sie die platte gemacht hat das gibt es noch gar nicht nein na 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 zum glück sind wir ziemlich hoch gelevelt noch eine wachlager der wolf 22 bewohner war wohl 22 auf der hauptmap oder gibt es hier vielleicht noch einer wohl dass wir so zu vordern kann man mitnehmen auch gleich was wissen 1 2 3 hier sind wir auf 4 gut ich komme hier an ich komme doch hoch hier ist aber nichts interessantes aber zumindest haben wir noch ein örtchen entdeckt als salz in der wunde neukana an einnahmen befahl er den weißbeinen die erde zu salzen dass nichts mehr wachsen könne welches monster tut so etwas hier irgendwo muss hier eine höhe sein gut ich hätte jetzt schwören können die wäre hier ich würde sagen wir teleportieren uns so einfach hin wenn wir fertig erkundet haben nicht mehr jetzt ist der ranger tommer nicht mehr es ist Ist das die Ecke? Ja, eine seltsame Ecke Okay Dann mal auf zur Höhle, Höhle des Geistes Okay Oh, das heißt doch Höhle, oder Höhle, ja Jetzt hätte ich vielleicht gedacht, es ist eine Anhöhe oder sowas, aber da steht Höhle da Aber wo ist denn hier? Höhen-Eingang Als Salz in der Wunde nur an Einnahmen, befahl er den Weißbeinen, die Erde zu salzen, dass nichts mehr wachsen könne Welches Monster tut so etwas? Es soll genau unter uns sein eigentlich Der kleine Punkt Oder das kleine Dreieck Und schon ist es weg Wir stehen quasi drauf, hä? Also könnte es Es könnte unter uns sein Vielleicht müssen wir hier irgendwie dahin marschieren Hier waren wir ja So, da unten waren wir auch Da brauchen wir nicht wieder gucken Aber da muss es doch irgendwie einen Weg dahin noch geben Oder ich muss wieder im Internet nachgucken Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig Gut, dann gehen wir hier zu Fuß weiter Ja, da können wir nicht mehr oder okay Danke Welche Pflanze sollten wir jetzt noch mal sammeln? Datura Pflanzen Ich wünschte, sie hätten meine Familie kennengelernt. Ich denke, sie würden sie mögen. So essen wir mal was vor sich selber. Okay, jetzt weiß ich zumindest welche das sind. Zwei Da ist irgendwo noch ein Ort. Okay. 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 Ich kämpfe gegen sie, wenn's sein muss. Der gehört mir! Gut gemacht. Der Fluss ist zauberhaft um diese Tageszeit. Finden sie nicht auch? Und das nennt man jetzt ein Dock? Okay. So, und die Richtung. Ich kann nicht springen, na toll. Okay. Okay. Das war's für heute. Oh oh. Was zur Hölle ist das denn? Grabhügel, okay. Bitte seien Sie respektvoll hier. Dies sind die Knochen unserer Vorfahren. Interessant. Na gut, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter, spitze, bedanke mich. Bis denne.